Ich bin das Licht der Welt, das sagt Jesus von sich. Ich bin das Licht der Welt, ganz schön anmaßend. Das kleine Kind in der Krippe, der Stall Ochse und Esel, da ist es ganz schön dunkel in Bethlehem. Keine Straßenbeleuchtung, keine beleuchteten Fenster. Auch in den Herzen von Maria und Josef ist es dunkel. Ihr Schicksal ist ungewiss. Knapp sind sie dem Kindsmord entkommen. Die Zukunft liegt im Dunkeln. Der Lebensweg ihres Sohnes erhält ihre Gemüter nur wenig. Ein umstrittener Wanderprediger, der am Kreuz landet. Das Licht der Welt erlischt abrupt. Die Bibel sagt, der Himmel verdunkelte sich. Licht war dieser Jesus nur für ganz wenige Menschen. Der Ehebrecherin etwa, den Kranken, die er geheilt hat, oder den Zuhörern, denen ein Licht aufging. Nach seinem Tod blieb alles im Dunkeln. Wie geht es weiter mit der Jüngerschaft? Was wird aus der Leere? Ist doch alles vorbei? Und dann, dann kommt die Wende. Jesus erstrahlt in neuem Gewand. Feuer kommt vom Himmel. Jubel bei den Jüngern. Gott hat uns sein Licht geschenkt. Hat es in die Krippe gelegt. Hat es groß werden lassen. Wenn wir es uns in diesen Tagen so richtig gemütlich machen, wenn wir Kerzen am Baum und an der Krippe anzünden, dann wird es hell in dieser Welt, weil von dem Kind in der Krippe bis heute ein schönes, ein warmes Licht ausgeht. Und dann kommt die Wende. Wer ist reconsider? Morgen kann es gehen. Vielen Dank.